Vergleich mich nicht mit den üblichen Versagern. Zeig gefälligst mehr Respekt. Oder willst du, dass dein Einstand hier von kurzer Dauer ist? Die einzige Möglichkeit einer vorzeitigen Beförderung ist, dass alle Warlords diesem Schritt zustimmen. Bis dahin wirst du deinen Pflichten als Setzer nachkommen. Schließlich können wir die Felder nicht sich selbst überlassen. Aber wenn ich es überdenke, hast du vielleicht sogar Glück. Die letzten Kämpfe mit den Alps haben uns fähige Männer gekostet. Vielleicht geben sie dir deshalb schneller ihre Zustimmung, als es üblicherweise der Fall wäre. Aber selbst wenn, dann werde ich trotzdem eine gewisse Menge an Lebenserfahrung verlangen, bevor ich dir einen höheren Rang gebe. Wegen meiner Beförderung zum Krieger. Ich bin soweit, Stufe 15. Wie bekomme ich deine Stimme? Einfach kaufen kannst du sie nicht. Und mit ein paar Pflanzen wirst du mich auch nicht beeindrucken. Wenn du sie dir verdienen willst, dann rüste dich aus und geh ins verbotene Tal. Dort wirst du auf Gunnar stoßen. Ich brauche ihn für einen riskanten Auftrag, den nur er zum Erfolg führen kann. Das können wir auch beschleunigen. Ich übernehme den Auftrag. Nein, diese Aufgabe ist eine Nummer zu groß für dich. Ich brauche jemanden, dem ich blind vertrauen kann. Jemand, der im Anblick der Gefahr nicht umknickt wie ein Grashalm. Und nur Erzberserker erfüllen diese Voraussetzungen. Also führ ihn her. Und warum ist Gunnar im verbotenen Tal? Wo genau soll ich nach Gunnar suchen? Wenn ich das wüsste, hätte ich mich längst selbst auf den Weg gemacht. Du wirst ein Krieger werden. Also wirst du ihn auch auf eigene Faust finden müssen. Versuch dein Glück in den Ruinen unterhalb des großen Aufzugs. Zumindest würde ich dort die Suche beginnen. Haben wir Gunnar nicht schon mal getroffen? Okay, bevor der jetzt gleich wieder rumheult. Können wir noch ein paar Tränke machen? Können wir jetzt, wie er überhaupt aus? Habe ich noch einen Lernpunkt über? Oh, wir haben auf alle viele Stufe. Und einen Lernpunkt. Dann würde ich direkt... Ich habe keine Ahnung, wer der Berserkerlehrer ist. Wer ist denn der Berserkerlehrer? Berserkerlehrer? Kromakis Kampf? Ja, Kaldrum. Okay. Das müssen wir eh hin, ne? Zu Kormak, zu Kaldrum und zu Angrim müssen wir, ne? Arik, Sinder, Nusinder. Ach ja, so, im Dienste der Warlords. Ich brauche die Stimmen der Warlords, um noch aufzusteigen. Ich sollte zu Ragnar, Kormak und Angrim gehen. Das müssen wir auch noch... Wir haben auch, wir haben glaube ich, eine neue Rüstung gekriegt, ne? Wenn ich mich... Oh, na, nicht wirklich. Ne, hier haben wir... Und eine Setzerrüstung. 50, 16. Na ja. Ist jetzt nicht so viel besser als unser Schachterhemper, wenn wir ehrlich sagen wollen. Und mehr nicht. Kein Helm. Keine Hose. Ist ja ekelhaft. Müssen wir auch noch kaufen dann. Ich hoffe, ich kann das kaufen. Eine Setzerhose. Munition haben wir. Eingezackten Bolzen. Na ja. Dann lass uns mal gucken. Was brauche ich denn für Magie? Magische Brüche halten entweder länger an oder richten größeren Schaden an. Ich will erstmal... Heilung. Gerissenheit und Konstitution brauche ich dafür. Okay, Gerissenheit und Konstitution. 30... Boah, 30 und 19. Junge, leck mich am Arsch. Da kann ja noch dauern. Fächerschuss, Waffen verzaubern. Mana und Magie. Dann würde ich erstmal Magie lernen, oder? Oder Mana. Bin mir nicht sicher. Eins von beiden auf jeden Fall. Können wir hier. Handwerkstheorie wäre noch sinnvoll. Oh, Hecken. Eigentlich auch. Schufe 2. Oh Gott, so viel. Kann ich was alles hernehmen sollen. Was war denn? Hatten wir nicht irgendwo... Hier, in der hier wäre auch noch sinnvoll, ne? Ich würde erstmal jetzt Richtung Heilung gehen, auf jeden Fall. Spruch Heilung. Plus 50 Gesundheit. Plus 50 Gesundheit in 20 Metern. Kostet 25 Mana. Geht aber. Dauert aber noch ein bisschen. Dann würde ich da tatsächlich erstmal Magie, oder Mana, Magie. Ich weiß nicht, was ich davon nehmen soll. Steigert ein Mana mit jeder Stufe. Ich weiß halt nicht, wie viel Mana wir haben. Ich weiß... Kostet mich 25 Mana, wenn ich hier... Oder kostet mich 5 Mana, wenn ich das benutze. Den Feuerball. Aber ich weiß ja nicht, wie viel Mana ich habe. Sind die... Markiert die Heilung weiß? Chormark und Angelaschen. Und zu kalt. Muss ich auch noch. Äh, X. Ich lasse das ja von mir in Heil tränken. Wir haben ja erstmal 57. So, der eine wohnt gleich hier unten. Ich sammle erstmal wieder Quests ein. War hier nicht auch irgendwo ein Händler? Du bist dann wohl der Neuzugang im Lager? Jo. Es kommt selten genug vor, dass wir neue Leute in unsere Reihen lassen. Wurdest du von Ragnar bereits über deine Pflichten als Setzer informiert? Hm. Hm. Nein. Dann will ich sie dir erklären. Zu deinen Aufgaben als Setzer gehört es, dass du dich um das Gemeinwohl der Berserker kümmerst. Und wie der Name schon sagt, ist es nicht nur das Gemeinwohl, dem du zu dienen hast, sondern vorrangig den Feldern. Denk immer daran, das Wohlergehen der Setzlinge ist ab jetzt dein oberstes Gebot. Als erstes wirst du dich bei Born melden. Als Oberaufseher über die Setzlingsfelder ist er mit Sicherheit froh über eine weitere helfende Hand. Geh zu ihm und lass dich über deine Aufgabe auf den Feldern in Kenntnis setzen. Bringen wir etwas bei. Ja. Ja. Hier können wir aber... Na, Wuchtschlag? Ne, brauche ich nicht. Dann gehen wir mal zu dem nächsten, der wohnt, glaube ich, da unten. Ja, das ist genau hier. So war es ja auch gerne. Ja, ne? Wo war denn... Der war... War das ein Rüstungshändler da drüben? Bin mir nicht ganz sicher. Ne, der hat Waffen. Okay. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Der hat viele Waffen. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Viel zu schlecht. Wann schweigt bei... Ich glaube, den Scheiß haben wir alle schon mal verkauft an den Typen, ne? Kriegsbogen. Können wir nicht nehmen. Jagdbogen. Besetzerbogen 34. Unser macht 60, ne? Rüstung hat er gar nicht. Sachen, die wir verkaufen wollten. Den Panzerspalter behalte ich. Die Zahnachst macht 50. Zahnachst 1. Der Kettensäbel, 32. Der kann weg. 72, den behalte ich. Das Giftkriegerschwert. Das wussten wir nämlich auch, wenn wir es dann tragen können. Eli's Waffe. Ist kein Special, macht aber 75 Schaden. Feuer, zwei Hände, macht 70. Genau, irgendeines Artifacts haben wir gerade. Donnerschlag, das behalte ich. Das behalte ich. Das behalte ich, das behalte ich. Das behalte ich. Okay, das war schon. Schade. Praktische Sonnenbrille, der macht gar nichts, ne? Weg damit. Das Schachterhemd kann weg, das Schrottsammlerhemd kann weg. Die Jägerhose haben wir noch an. Könnte ich aber rein theoretisch auch schon verkaufen, eigentlich, oder? Zack. Was haben wir denn jetzt an? Nur Lumpen, oder? Gar nichts. Weil ich hätte gerne noch eine neue Rüstung. Ich weiß nur nicht, wer der Rüstung ist. War das der Schmied vielleicht, der Rüstungshändler? Ich muss gleich mal gucken. Oder ich gucke mal eben schnell. Hör auf damit. Schnauze, saufel nicht rum. Alrik war, keine Ahnung was. Ja, hier steht nur Händler, aber nicht welcher. Kaldrum vielleicht. Oder er hier. Ne, hier Rüstschmied. Der hat bestimmt... Ich begrüße deinen Entschluss, unserer Gemeinschaft die Treue zu schwören. Du tatest gut daran, nicht den Versuchungen der anderen Gruppierungen zu erliegen. Aber solltest du nicht bei den anderen Sätzern sein? Schließlich fällt mehr als genug Arbeit an. Ich habe nicht vor, auf Dauer ein Setzer zu sein. Du glaubst wohl, du seist zu höherem berufen. Aber um im Rang und Ansehen aufzusteigen, brauchst du mein Wohlwollen. Es ist nicht so, dass ich es dir nicht geben will. Doch nicht ohne eine Gegenleistung. Alles andere hätte mich auch gewundert. Wer Almosen will, soll wie ein Köter auf den Straßen betteln und nicht an meine Tür klopfen. Ich belohne nur jene, die sich verdient gemacht haben. Mein Auftrag an dich sollte dir jedoch keine Schwierigkeiten bereiten. Ich will, dass du dich an die Fersen meines Eintreibers Zerwas heftest. Ihm obliegt es regelmäßig, Splitter von unseren Leuten einzuholen. Ich habe jedoch den Verdacht, dass er in die eigene Tasche wirtschaftet. Ein Vergehen, das seinen Kopf kosten wird, wenn es sich bewahrheitet. Du wirst ihm deshalb folgen und mir sagen, ob er mir die korrekte Summe übergeben hat. Tu das für mich. Und du hast meine Zustimmung frühzeitig, einen Rang aufzusteigen. Das ist es doch, was du willst, oder? Ich werde Zerwas für dich überwachen. Das trifft sich gut. Er sollte jeden Augenblick seine Runde beginnen. Ich will, dass du unauffällig bei ihm bleibst. und ihn belauschst, bis er zu mir zurückkommt. Und hör genau hin. Ich will schließlich wissen, ob er mich bescheißt. Alles klar? Klar. Dann los. Da kommt Zerwas auch schon. Hefte dich an seine Fersen. Wo ist Zerwas? Hm. Raus, aber schnell! Das ist ja nicht nochmal! Ja. Ja. Ich komme vom Eisen-Clan. Und? Ich bin hier, um deine Abgaben einzutreiben. Ist es schon wieder soweit? Wie viel bekommst du von uns? Für wie viele bezahlst du denn? Wir sind zu dritt. Alles klar. Dann bekomme ich von dir... Hm. 300 Splitter. 300? Alles klar. Hier hast du sie. Dankeschön. Ich muss jetzt weiter. Alles klar. 300. 300. 300. 300. 300. Ich weiß nicht, ob der irgendein Radius hat, aber... Mal gucken. Ich muss bestimmt mitrechnen. Nachher hat er 1000 eingetrieben und gibt nur 500 ab oder so. Wo will er hin? Wo will er hin? Was willst du, Zervas? Mach mir jetzt bitte keine Probleme. Ich will nur die Kohle für den Clan, dann bin ich wieder weg. Hier hast du 100 Splitter. Mehr gibt's nicht. Danke. War das jetzt so schwer? Ach komm. Verschwinde einfach, okay? 400. 400. Wie sie jetzt hin? Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Die Verfolgungsmissionen sind übrigens... ... verfolgungsmissionen sind übrigens kretze immer egal in welchem spiel ich glaube hier ist kein detektionsradius aber ist trotzdem kretze und langweilig 400 fällig auch nicht auf wenn hinter ihm ein frischling setzer rumläuft die ganze zeit und ein kleriker mir wurde gesagt du willst dich dem eisenklan anschließen ich bin hier um dir zu sagen dass du genommen bist das ist ja großartig ich bin aber auch hier um die 200 später spende für den jahren einzusammeln ja natürlich moment ich habe die später in der tasche hier bitte danke und willkommen im eisenklan ich muss jetzt zurück zu angreifen wir sehen uns 600 das waren jetzt 200 glaube ich hoffe ich habe zugehört müssen jetzt bei 600 und eine aufnahme in den eisenklan gut dass man noch gehen kann von alleine und ich die ganze zeit eine taste versorgen muss das ist sehr vorteilhaft ach so er geht durch gestorben so hart er geht einfach durch gestorben 600 600 ich gucke mir nur die gegend an ich bin neu hier ich müsste eigentlich umfeld arbeiten aber hey habe ich keinen bock drauf kann ja auch nichts für jetzt halt so 600 hast du die splitter eingetrieben ja habe ich hier hast du sie genau 400 splitter und abgaben und einmal das eintrittsgeld für den eisenklan und das ist auch sicher alles ganz sicher wenn das so ist danke du kannst gehen das war leider 200 zu wenig min jong da gibt er was war bei mir und hat mir die splitter gegeben die er eintreiben sollte ich hoffe du hast an seinem arsch geklebt und ihn überwacht also dann er hat mir 400 splitter gegeben hat er mir alles gegeben oder hat er mich beschissen er hat dir nicht alles gegeben verdammter hals abschneider ich wusste es den typen werde ich mir vorknöpfen danke dass du das für mich getan hast aber bevor ich dir meine stimme geben kann muss ich mir zuerst gedanken über zers machen was passiert jetzt mit servers das hängt jetzt ganz von dir ab erinnerst du dich daran dass du mir einen gefallen schuld ist damals als ich dir mein wort für unsere gemeinschaft gegeben habe es ist zeit dass ich diesen gefallen jetzt einfordere verpüßt sich mit dem schul für den eisenklan war ja alles ne kommt und willst du von mir was willst du von mir es ist ganz einfach geh raus und töte servas du willst dass ich servas töte ja ich bin es satt das offensichtliche straftäter für ein paar monde in das verbotene tal kommen nur um dann da weiter zu machen wo sie aufgehört haben servas hat sich dem eisenklan gegenüber schuldig gemacht und muss dafür bestraft werden ich habe ihn bereits nach draußen auf eine unmögliche mission geschickt folge ihm und töte ihn wenn niemand zusieht der eisenklan darf nicht damit in verbindung gebracht werden komme erst wieder wenn du das erledigt hast ach man hör auf damit verrat am eisenklan hallo ich kann nicht auswählen an dem will dass ich servas töte verrat am eisenklan duldet an dem nicht ich muss das tun wenn ich von einem jemals die zustimmung haben will einen rang aufzusteigen kann ich fest nicht auswählen oder ist das für die gemeinschaft der ist ja schon weg servas der ist jetzt hier hinten nach der ist gerade auf dem weg nach draußen mein ohr juckt und jetzt aber flink ich soll ihn alle machen wenn keiner zuguckt ok wenn ich jetzt wüsste in welche richtung der geht ich kann ja erstmal hinterherlaufen ich wollte ihr zum rüstungshändler um die dumm die dumm habe ich ja nicht irgendwo im quartier wird noch keiner gesagt wo ich wohne ich meine ich mache den alle ich bin noch flexibel ich kenne auch nichts ich wollte immer meine feuerfaust bin jetzt erst mit der feuerfaust wollte ich immer ausprobieren aber vorher brauchen ein bisschen sachen hallo zeig mir was du mir herstellen kannst ich kaufe die auch etwas ab ja ich will nichts verkaufen ich brauche rüstung junge setzerhelm plus 4 plus 2 plus 1 ich bin mir nicht sicher sieht glaube ich dem nicht aus aber ich nehme kostet nicht so viel und eine setzerhose 54 ja okay technik wird hier nicht gerne gesehen ja aber auch ist aber auch nicht illegal so den helm setze ich aber erst mal nicht auf wir haben jetzt erstmal rüstung so dann lass mich mal schnell gucken muss ja mal jetzt da hinten geht er noch weiter ein wandernder händler und erscheint an der brücke stehen zu bleiben okay einfach den weg folgen gehen jetzt durch war es richtig guck ja okay ja dann also ich kann versuch vorher mit ihm zu quatschen wenn er reden will ansonsten oder sie einfach durchmarschieren dann mache ich mal alle also ich rede vorher mit ihm und wenn er aber nicht mit sich reden lassen will dann marien alle guck mal er sollte sich hier ein rein wer war es der balladwurst siehst du nicht dass ich zu tun habe ich jetzt siehst du nicht dass ich zu tun habe verschwinde ich jetzt dann wird zurück dabei leicht mit ich wollte eigentlich mal vorher ausprobieren nicht effektiv okay das feuer scheiße wie du willst man macht auch alle okay das kannst du glaube ich nehmen um gegner zu pullen aber mehr auch nicht von dem panzer ich habe mich noch nicht angeguckt glaube ich also das feuer kannst du nehmen um irgendein gegner zu pullen ja aber mehr auch nicht das ist ja voll scheiße brauche ich gar nicht ausrüsten komplett unnötig einfach was ist hier noch ein kleines raptoren baby guck ob der brüllt schon mal eine richtung ja darf ich vielleicht mal zu ende sammeln das schwertes folgen endlich bin ich übermächtig wahrscheinlich noch nicht so richtig aber schon gutes stück so dann mal los schnell zurück zu kollege schade ich dachte jetzt mit dieser feuer hand hätten wir jetzt irgendwie voll die überwaffe an magie aber nein nicht mehr um die und jetzt müsste ich mir eigentlich noch mal an trinken gehen aber ich würde tatsächlich magie technisch würde ich vielleicht also beschwörung und dann heilung auf jeden fall beschwörung und heilung würde ich mir nehmen voll ansonsten also ich sehe da sonst keinen sinn drin erst mal servus ist tot das ist gut dann sehe ich deine schuld als beglichen ich werde dir meine stimme geben wenn du bei ragnar um eine beförderung bittest es ist mir eine freude mit dir zusammenzuarbeiten ich bin sicher wir werden noch gute freunde werden man sieht sich alles klar bis später peter ok tschüss ok dann lass deine technik lieber stecken könnt ihr nicht passiert noch mal etwas frise halten bide ok jetzt der nächste stufenaufstieg dort läuft ein bisschen sowas hier zum beispiel die geistgestalt nicht aspekt des kriegers nahkampfwaffen plus 50 bonus auf nahkampfstand für 45 sekunden bluttransfer verwandelt lebensenergie mana ja nie hier geisterwolf zum beispiel lebenspanne ist variabel kostet mich 40 aber das wäre zum beispiel geisterwolf würde ich wohl nehmen wollen und gerissenheit für geisterwolf und heilung gerissenheit und konstitution das wäre so das was ich nehmen würde plus sowas hier magie mana vielleicht waffen verzaubern noch könnte ich schon lehren dann könnte ich mir andere waffen dann könnte ich mir normale waffen auch verzaubern aber bisher bräuchte es noch nicht solche sachen sprich mit bohren ein schneller aufstieg genau gunner soll aus der verbannung geholt werden sprich mit bohren und dann einmal den markieren mit dem euch geredet mit dem euch geredet das war schon